Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Nein. Nein. Hey, was waren Sie hier? Holen Sie das Dresdding zurück, jetzt sofort! Das geht nicht. Das Ziel ist schon erfasst. Mach schon. Hören Sie, das ist kein Test. Das Ding sucht und zerstört. Jeder, der es aufzuhalten versucht, wird selbst zum Ziel. Glauben? Er ist jetzt in der Jorgen. Komm. Max, was zum Teufel machen Sie hier? Lärm, Vorsicht, runter! Ja! Ja! Ah! Ah! Das war's für heute. Kannst du nicht endlich krepieren? Sag, Gute Nacht, Hal. Neueste Technik. Ideal für Spezialeinsätze. Unsere letzte Versuchsreihe hat bewiesen, dass sie funktioniert und... Und? Ihre plötzlichen Konflikte mit dem Gesetz dürften sich stark auf den Preis auswirken. Die Baupläne, die Testdaten und vier Jahre Forschung und Entwicklung, all das gehört für 10 Millionen Dollar Ihnen. Und ich fliege nach Belize. Den Behörden einen Schritt voraus. Sind wir uns einig? Der Betrag wird schon auf Ihr Auslandskonto überwiesen, während wir hier sprechen. Ich finde, Vertrauen ist ein viel zu seltenes Gut heutzutage. Wo ist der zweite Prototyp? In einem Lieferwagen vor dem Haus. Voll einsatzfähig? Jederzeit. Und man braucht lediglich eine Fotografie? Das reicht. Faszinierend. Wirklich faszinierend. 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 Vielen Dank.